Ich weiß, was Sie tun werden. Sie foltern ihn mit glühenden Zangen oder reißen ihm die Zunge raus und stoßen ihm einen brennenden Dolch ins Herz. Der Kerker, der rechte Mikio. Warte! Sie hielten mich für tot und warfen mich in den Brunnen. Ich kroch über Leichen und konnte durch einen unterirdischen Flusslauf entkommen. Damit Herzlich Willkommen zurück zu Lizbill Cessna Skid Origins und wir machen heute den Steuermeister. Komm mal her mein Freund, wir machen mal einen kleinen Ausflug. Es gibt einen unterirdischen Eingang aus der Festung. Na dann. Ja, es hat jetzt nichts mit dem Moment, ich muss vorbereiten zu tun, sondern wir haben eigentlich noch Bock auf diese Nebenaufgabe. So. Solange Senno gerade nicht anschlägt, kommen wir hier durch. So viel zum Thema. Perfekt. Ziel lokalisiert. Ja, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, die ganze Wissung auseinander zu basteln. Lass mich nicht raten, ich muss natürlich, ich habe ja zwei Hauptbänner. Mal, das sind nur Level 15, aber trotzdem. Also es ist nicht der feste, ja, ja, ich vermute, dass wir den Eingang finden müssen. Aber muss ich jetzt ernsthaft in die scheiß Festung reinhauen? Ich muss aber gucken, wo steht, wo ist denn der Eingang? Ich bin der Eingang. Da ist er. Die habe ich eigentlich gesucht, diese Eingang. Ja. Dies habe ich gesucht. Gut, dann weiß ich, wo ich lang muss. Ich bin dann mal raus, ne? So, warte mal, ich bin hier wahrscheinlich auf der falschen Seite. Ich muss hier auf die andere Seite. Sehr vermutlich. Jetzt sind wir immer weg. So, wie ich mich kenne, muss ich nicht auf die andere. Das ist nicht markiert, die Eingang. Die Eingang, ich kann aber sagen, scheiße drauf ich nehme die feste Auseinander, aber das wäre ja zu einfach. Also es wäre zu einfach, aber ich weiß, was ich meine. so ist immer eine wakilische stelle warum heute nicht mehr raus können hier durch wahrscheinlich ja 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 so jetzt muss ich hier noch den Eingang finden und der ist hier oder ja okay da muss ich ran sehr nüchtern hier sollte ich vorsichtig sein okay scheinbar ich sehe ja nischt da lang oder was ist das richtig ach so okay ja man sollte die Mission lesen also doch also doch du hinkst sowieso spaß hier ne geil stirb endlich hee hee was frisch das du Ratten das ist doch kein Witz komm jetzt raus wenn du die Eier dazu hast Nichts. Ich will mich trotzdem vorsehen. Nichts. Nichts. Gute Nacht, Paulfreud. Oder auch nie. Was weiß ich? Nichts. Wow. Boah, du. Bärmlich. Scheiße. Ich bin jetzt mal 500 Kilometer weg. Ja. Also doch. Natürlich habe ich jetzt erstmal keine. Muss ich jetzt natürlich wieder. Ich komme doch nicht durch. Kommandanten. Das war wahrscheinlich ein Kommandant. 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 Heiheihei. Okay. Geil. 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 Hey, what? Oh, komm zum Glauben, dass so eine heiter Beule von Menschheit und für Männern geschüttet hat. Okay. Ja, geil! Ja? Ich sammle die Truppen! Oh nee, mehr! Oh, nee, mehr! Nee! Nee! Du bist kein Gegner, du hättest fliehen sollen, als du noch wattest, blühe, da! Scheiße! Ja! Klar! Natürlich! Ich kleb mich einfach mal rein! Dankeschön, ich hab dir geholfen, Boss! Ich hab dir geholfen, Boss! Mann, geht's mir mal auf den Senkel! Ey, das sind Level 15, naja, aber ich hab dir geholfen, ich hab dich mal gut eingeklemmt, lieber Kollege! Mann! Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen! Ach, hat die Klappe! So, jetzt muss ich mal gucken... Die krieg ich nimmer von hier! so gibt es keine meister dass das singt so wie hier so einer das war das war das war jetzt muss ich mal kurz gucken dass ich die lauffeuer weg machen dass ich nicht die ich habe mir noch nicht mitgeschnitten da ist noch lauffeuer da vorne durcharbeiten hier der weiß natürlich dass ich jetzt da bin ich muss jetzt mal gucken dass ich vernünftig ankomme ja gut das ist halt eine menge leute so jetzt sind wir jetzt die sind weg ich habe jetzt beide gegner ich denke ich sei unbesorgt das ist das problem in der sache ich werde dich finden und dann war es das für dich so so da ist So, der ist schon mal weg. Quesky-Fengelschusky-Fisky? Okay. Da bist du wieder! Ich glaube hier weniger. Was? Da! Ich schande die Truppen! Kannst du klicken? Danke! Knapp ist! Eindruck! Was für eine Kraft! Kraft! Helft mir mal hier drüben! Wie schön knapp ist! Ich schande die Eingewald aus! Hätte er schmeckt aus und sollen, als kann er aufhören. Stürmer! Es ist unährenhaft, die reichte Beute zu töten. Nein, 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 nein! Mann! könnte aber klicken was willst du jetzt von mir so das kann doch nicht sein warum gehst du nicht weg ich bleib doch lieber ich bleib doch ein bisschen stehen ich hätte so gehabt den falschen ich krieg den nicht runter ich krieg den nicht runter ich darf den nicht töten warum auch warum sollte man das auch tun warum ach man